Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf RR Goalie 1 bzw. auch auf TheXadas94. Mein Name ist Alex und ich will euch heute ein klein wenig was präsentieren. Es ist ein kleines Informationsvideo und zwar hat der David es durchbekommen, dass wir jetzt quasi so einen Dreierbund hier hinbekommen, nämlich einmal aus The Player News, TheXadas94 und dann noch RR Goalie 1. Wir werden das immer so ein bisschen aufsplitten und so. Das heißt jetzt quasi TPN ist per Gamestar gepartnert, TheXadas94 ist per Gamestar gepartnert und ab sofort auch RR Goalie 1 per Gamestar gepartnert. Das heißt für uns, dass wir jetzt unsere Aktivitäten etwas ausbreiten. Auf meinem Kanal, also auf meinem alten Kanal jetzt, mit dem ich jetzt mal wieder ein bisschen was aufrolle, dort werden wir unsere Sportspiele abspielen. Das heißt, da wird FIFA 13, weil der sich Need for Speed Most Wanted und wenn der David mal noch irgendwas mit Sportspielen machen will, dann oder der Lucas da noch was machen will, dann wird das Dart hochgeladen. Das heißt also, dass ich die meiste Zeit natürlich auf meinem alten Kanal dann wieder zu sehen sein werde. Und wenn jetzt irgendwie was anderes ansteht, sagen wir mal Battlefield, Battlefield, Trackmania gehört ja dazu, was weiß ich, Crysis oder Far Cry 3, sowas, das wird dann auf dem Kanal von TheXadas94 erscheinen und dann TheBlayerNews wird eben TheBlayerNews bleiben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache da jetzt nicht mehr ganz so viel mit, dafür fehlt mir dann doch ein bisschen die Zeit. Aber ich glaube, ihr versteht das ja konzeptmäßig. Also TPN bleibt TPN, TheXadas94 eher so für die Spiele, die eben nicht so viel mit Sport- oder Autorennen zu tun haben und dann eben RR Goalie 1 für eben diese Autorennen und Sportspiele. Das werde ich jetzt mal kurz zeigen. Ich habe hier ein paar Sachen auf. Okay, das ist was anderes. Need for Speed Most Wanted für den PC, das würde ich gerne let's playen. Also sobald das rauskommt, das dauert ja noch ein bisschen hier, seht ihr ja, 31. Oktober, also erst an Halloween wird es rauskommen. Das würde ich gerne let's playen. Dann hätten wir natürlich das altbekannte FIFA und zwar FIFA 13. Das werde ich let's playen. Ich werde auch schon mit der Demo anfangen. Je nachdem wann die rauskommt, das weiß ich gar nicht. Steht das schon hier. Das Spiel kommt am 27. September und die Demo... Weiß man das schon? Mitte September. Okay. Ja gut, dann stellt euch schon mal darauf ein, dass Mitte September die ersten Videos zu FIFA 13 kommen werden. David hatte vor, da irgendwas mit Pro Evolution Soccer 2013 zu machen, weil er das gerne mal ausprobieren würde am PC. Ansonsten hätte ich hier noch Far Cry 3 anzubieten, was dann aber eher auf The Salas 94 laufen wird. Ich weiß auch nicht, ob ich das persönlich mache oder ob das dann David oder Lukas machen werden. Auf jeden Fall sind das schon mal spannende Spiele, auf die ihr euch schon mal freuen könnt. Des Weiteren werde ich mir noch andere Spiele raussuchen, die ich dann eventuell let's playen werde, aber ich bleibe dann natürlich mal bei meinem Stamm-Let's-Play, nämlich FIFA... FIFA... XX, also 12, 13, was auch immer. FIFA 11 hatte ich ja auch schon gemacht. Und ich denke mal, ihr könnt jetzt mal eure Meinung dazu abgeben. Schreibt einfach mal was in die Kommentare. Wie gesagt, die Videos sind auf beiden Kanälen, The Xardas 94 und RRGOLI 1. Und dann werdet ihr auch dort etwas andere Kanaldesigns sehen. Was weiß ich, ich werde mal schauen, ob ich von irgendwoher ein Kanaldesign bekomme. Und so weiter und so fort. Dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was hätte sagen sollen. Wenn nicht, dann habe ich Glück gehabt. Wenn schon, dann habe ich irgendwie was verbockt. Naja, das war es jetzt von meiner Seite. David konnte jetzt leider nicht mit aufnehmen. Jetzt sage ich mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Alex.